Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtischs und auch einer neuen Folge von Die Mandalorian, nämlich Folge 22, ganz für Heuer oder auf Deutsch Die Söldner. Mein Name ist Bruttmarie und ich bin hier heute zusammen mit dem Tauben. Hallo da draußen. Genau, ich dachte du stellst dich selbst vor. Ja, wir reden heute über eine Folge, von der ich noch nicht so richtig weiß, was ich halten soll, auch jetzt immer noch nicht. Vielleicht gehen wir gleich mal in Medias Rehes, oder? Auf geht's. Also, wir beginnen mit einer, ich sage mal, Romeo und Julia Szene, denn wir stoßen auf ein Schiff der Quarren, die unterwegs sind und auf einen Sternkreuzer treffen, auf dem nicht die Bösen sind, sondern die restlichen Mandalorianer, von denen wir uns schon gefragt haben, was aus ihnen geworden ist, nämlich Ex-Woofs mit seiner Truppe, die sich ja von Bokatan abgespalten hatten und jetzt als Söldner eben arbeiten. Und genau das machen sie auch hier. Sie haben nämlich den Auftrag, den Prinzen der Mon Calamari zurückzuholen, der unsterblich in die Quarren-Kapitänin dieses Schiffes verliebt ist. Und ja, was sagen wir dazu? Was sagen wir dazu? Die Szene wird uns erstmal so verkauft, dass wir es hier erstmal mit friedlichen Reisenden zu tun haben. Dann kreuzt ein Kreuzer des Imperiums auf. Man denkt, okay, der Imperium erstarkt wieder, aber siehe da, dass halt Ex-Woofs Kampftruppen mit seiner, ja, die mittlerweile zu Söldnern und Kopfgeldjägern geworden sind und denen es auch eigentlich ziemlich egal ist, wie Gegebenheiten sind um diese verbotene Liebe hier der beiden herum. Du hast es ja angesprochen mit Romy und Julia, weil diese beiden Spezies hatten offenbar Krieg miteinander und einen Konflikt. Dieser ist jetzt beigelegt und diese beiden haben sich dann trotzdem doch noch gefunden. Aber das interessiert die beiden nicht. Die haben, also die interessiert die Liebschaften dieser beiden nicht. Die Mandalorianer haben überhaupt keine Hemmungen, jetzt einfach so per B zu sagen, Politik interessiert uns nicht, wir machen nur unseren Job. Genau. Und das ist es ja auch, was am Ende die für mich entscheidende Szene an dieser ganzen Geschichte ist, nämlich die, dass eben die Mandalorianer den Prinz mitnehmen, also quasi abführen und dann sagt der Prinz eben noch, aber ich dachte, Mandalorianer sind ehrenwerte oder ehrenhafte People. Ich dachte, Mandalorianer sind ehrenhafte Leute. Und dann antwortet der so, ja, ja, wir sind ehrenhaft. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Kohle, so nach dem Motto. Und da denkt man sich so schon, uh, das sind nicht die Mandalorianer, die wir kennen. Es ist halt eine komplett andere Gruppe und mit ihrer Ehre verhält es sich so ungefähr mit den Manieren von den Kaminoanern. Je nachdem, wie gut deine Manieren sind oder wie dick dein Portemonnaie ist, so nach dem Motto. Für mich persönlich war das eigentlich der Grund, warum wir diese Szene bekommen haben, eben um nochmal zu verankern, okay Leute, hier sind die restlichen Mandalorianer, sie sind mittlerweile Söldner. Von der viel gepriesenen Mandalorianischen Ehre ist nicht so wahnsinnig viel übrig. Denn ich glaube, ein Din Djarin hätte da ein bisschen anders gehandelt, vermute ich zumindest. Aber man kann darüber natürlich streiten. Und es gibt natürlich auch einen schönen Rahmen mit der Endszene. Wir haben am Anfang eben die Mandalorianer, wir haben am Ende dieser Folge die Mandalorianer, soweit kann man glaube ich schon vorgreifen. Und für mich ist es deshalb eigentlich drin. Ansonsten, ja, war es so ein bisschen verschränkt. Du schickst auch am Ende nochmal so einen kleinen Scheinwerfer drauf, wie diese Gruppe, um Burkhardtans Kampftrupp, eigentlich auch so ticken vom Mindset her. Dazu kommen wir aber noch. Was noch ganz interessant ist, gerade mit der Aussprache darum, wie viel Ehre die haben. Wir haben ja am Ende der letzten Folge gesehen, dass ein imperialer Raumfähre abgeschossen wurde und Moff Gideon verschwunden ist. Und bei der Untersuchung fand man ein Stück einer Beskar-Rüstung. Jetzt kann man spekulieren, ob die Jungs um Wurfs das auch waren. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Es wird nämlich in dieser Folge nicht klar. Da gibt es aber ein paar Fan-Theorien, die gerade im Netz kursieren, die auch ein bisschen auf Star Wars Rebels eingehen von einer Ex-Mandalorianin. Und darüber möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil es könnte noch wichtig werden. Aber es deutet alles darauf hin, dass jetzt gerade mit dem baldigen Kommen der Ahsoka-Tano-Serie auch noch ein ganz großer Gegenspieler auftreten wird, der auch schon in Rebels aufgetaucht ist. Schrägstrich blaue Haut, rote Augen. Ah, wer kann das wohl sein? Gut, gut. Naja, aber gehen wir mal weiter voran. Also, Din und Bokatan, auf die treffen wir jetzt, die machen sich auf den Weg nach Plasir 15. Woher auch immer sie wussten, dass die genau da sind, gerade zu dem Zeitpunkt, weil das ist eine freie Truppe, die gerade für den arbeitet und der besten zahlt. Also, woher wissen sie genau, dass sie jetzt auf Plasir 15 sind? Das fand ich ein bisschen sehr schwammig. Also, die fahren einfach da hin und dann sind die da auch. Ach, alte Kontakte von Bokatan, Gerüchte hier im Outer Rim, I don't know. Ich denke mal. Also, die Mandalorianer, gerade auch, wenn sie so eine kleine Flotte haben und dann auch noch aus Ex-Sternkreuzern und so, ich denke, das spricht sich schon rum, gerade auch im Outer Rim, oder? Ich habe sowieso immer das Gefühl in Star Wars, dass, wenn die vom Outer Rim sprechen, also so diesen am Rande der Zivilisation, Outlawland und so weiter, dass da irgendwie das so ein bisschen ist, wie so eine Tratsch- und Waschküche, oder? Also, jeder weiß irgendwie alles von jedem und jeder weiß auch irgendwie, wo die Leute sind, egal ob versteckt oder nicht. Naja, wir sind auf Plasir 15 und was wir zu sehen bekommen ist, dass Din und Bokatan ursprünglich ja ein bisschen außerhalb landen wollten und dann per Fuß reinlaufen, damit es nicht so auffällt. Und was ist? Sie werden von einem, ich sag jetzt mal, Traktorstrahl quasi... Sehr passend, ja. Ja, fremdgeführt und das Schiff wird übernommen und wird dann eben gelandet und sie steigen aus und begegnen da gleich zwei schwarz bemalten Druiden, ehemaligen imperialen Druiden. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so firm, was Druiden angeht. Also, wenn du dich da besser auskennst, darfst du gerne die Bezeichnung und so weiter ergänzen. Aber man erkennt zumindest, dass es ehemalige imperiale Druiden sind und ist schon ein bisschen verwundert, warum die diejenigen sind, die sie da irgendwie willkommen heißen. Das eine ist halt eine A2-Einheit, das erkennt jeder, das ist ja unser kleiner Runderfreund. Ja, das stimmt. Den erkennt sogar ich. Ich weiß nicht, ob das andere jetzt ein imperialer Protokoll-Druide sein soll. Da bin ich mir nicht sicher. Ich kenne mich mit Druiden-Typen nicht wirklich gut aus in Star Wars. Es sah aus wie eine Protokoll-Druide. Die Bekannten kennt man, aber ja, alles, was jetzt auch nur Richtung Imperiale geht, ich glaube, das gibt es mit Sicherheit. Die Nerds, die das wissen, aber ich gehöre nicht dazu, der das jetzt auch dazu beitragen kann. Ja, die beiden steigen da eben in so eine Transportkapsel und werden dann doch tatsächlich eingeladen, vom, ich sage jetzt mal, Herrscherpaar doch vorbeizuschauen. Und eingeladen sage ich hier sehr lose, denn sie werden quasi vorzitiert. Das passiert dann auch. Sie werden also dann in den Thronraum geführt und da gibt es ein großes Bankett, einen Tisch bevölkert von ganz, ganz vielen verschiedenen Alien-Spezies, also ganz, ganz viel auch zum Gucken. Als Herrscherpaar hatte ich dann zwei Aha-Momente, nämlich der eine war, oh mein Gott, Jack Black und der andere war, oh mein Gott, Lizzo. Da hatte ich nur einen Aha-Moment, aber mir sagte Lizzo halt nichts, aber ich bin halt überhaupt nicht in der Popmusik unterwegs, mal bei meinem Musikgeschmack. Ja, aber das ist ja auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hat mich doch rausgerissen aus dieser ganzen Handlung. Ich war so ein bisschen so, äh, etwas befremdet. Ich fand's witzig, aber irgendwie auch komisch. Es war auch ein bisschen, also die letzte Mantelfolge, muss ich sagen, war mit die beste, der ganzen Staffel bisher sogar, wenn ich sogar die Serie, weil ich liebe es, wenn dann auf die Mandalorianer und deren Kultur und sowas sich dann auch mehr befasst wird. Diese hier weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Das ist auch so ein bisschen, also es hat hier und da einen interessanten Ansatz, auch mit Jack Blacks Charakter als Käpt'n Bombardier, ich weiß es nicht. Ja, Bombardier, genau. Bombardier, was ihn wenigstens immerhin ein kleines bisschen interessanter macht, als den Comic Relief zu geben, ist, dass er genau wie Elijah Cain ein ehemaliger Imperialer war, der jetzt rehabilitiert wurde oder unter dieses Amnestiegesetz gefallen ist. Und man sieht's auch an dem Abzeichen, was er an der Brust trägt, dass er ehemals Imperium war. Genau, also er hat eben auch dieses Resozialisationsprogramm durchlaufen. Also von dem Programm hatten wir auch schon mal gehört. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben eine Duchess, die Herzogin, also seine Frau, Partnerin, wie auch immer. Und die ihm ja großzügig verzeiht. Die beiden haben sich schwerst verliebt und sind jetzt eben da auf diesem Planeten und haben diesen Planeten auch neu wieder aufgebaut. Was ich daran interessant finde, ist, dass so dieses Thema von Resozialisierung sich so ein bisschen durch diese ganze Geschichte, durch diesen ganzen Planeten durchzieht. Wir haben nicht nur einen Käpt'n Bombardier, Resozialisiert wurde, sondern wir sehen auch immer, wenn wir jetzt uns da so ein bisschen den Planeten angucken und die Leute, die da so rumlaufen, dass zum Beispiel auch zum einen die ganzen Druiden umprogrammiert wurden, um jetzt als normale Diener zu fungieren. Das ist das eine. Aber wenn man genau hinschaut in dieser Essensszene oder Bankettszene, da gibt es im Hintergrund Wachen und die haben alte Teile von imperialen Rüstungen an. Also auch die sozusagen für neue Dinge verwendet. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Das zieht sich auf jeden Fall durch alleine, was man sieht, wenn man die Arbeits- und Sicherheitskräfte da sieht. Weil dadurch, dass der gute Herr Bombardier bei der imperialen Armee tätig war, es ist auf dem ganzen Planeten, beziehungsweise innerhalb dieser Hauptstadtkuppel, Waffenverbot. Und sie dürfen zwar ein Militär haben, das dürfen sie sich aber nur von außen kommen lassen. Deswegen haben sie auch die Mandalorianer da am Stadtrand rumsitzen. Und Mando und Bo-Katan wurden ja in die Hauptstadt zitiert. Das heißt, die dürfen das als Gäste. Und da es eh Teil ihrer Kultur ist als Mandalorianer, dürfen sie das. Aber offenbar nicht, wenn man schon da arbeitet, nochmal reingeholt werden. Weil für die Mandalorianer sind ein paar Superkampf-Druiden kein ernstzunehmendes Hindernis, wird auch gesagt. Also das ist nämlich jetzt auch das Problem, das ich habe. Denn es geht so weiter. Der Käpt'n und die Duchess sagen dann eben, ja, also wir haben Probleme mit unseren Androiden. Die sollten als normale Bedienstete fungieren, aber sie ticken halt aus und greifen die Leute an. Dann werden später auch noch Videos gezeigt und so weiter. Und da scheint es also eine Fehlfunktion zu geben. Und wir bräuchten jemanden, der sich dieser Androiden annehmt und im Notfall sie eben bekämpft. Und wir möchten euch bitten, das zu tun. Da war meine erste Frage, warum? Ihr habt doch die Mandalorianer, die ihr auch bezahlt und engagiert habt, direkt vor euren Stadttoren sitzen. Warum fragt ihr die nicht und holt die nicht rein? Dann hast du gesagt, okay, wir haben hier die Situation, dass ja eben der Käpt'n und die Herzogin ein bisschen, ja, ich sage mal, Marionetten sind. Die sind also strahlende Trophäen, die da auf ihrem Thron sitzen. Aber offensichtlich sind sie da nur zur Schau. Sie haben nicht wirklich Macht, denn sie dürfen innerhalb ihrer Stadt keine Waffen benutzen. Sie haben sehr, sehr strikte Auflagen und Regeln bekommen. Und offensichtlich wird es kontrolliert. Jetzt ist meine Frage natürlich, von wem wird es kontrolliert? Von der New Republic? Oder wer? Also da muss ja irgendjemand sein, der sowas kontrolliert. Und die sind doch da aber, denke ich, am Outer Rim, wo keine Sau ist. Also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und hätte dann jemand auch wirklich das mitbekommen, wenn sie die Mandalorianer reingeholt hätten. Also bitte. Ich glaube schon, hätten sie mitbekommen. Und ich könnte mir höchstens vorstellen, wenn es jetzt nicht die Neue Republik da den Daumen drauf hat, dann, dass das ein Volksentscheid war. Weil wir erfahren, dass dieser Planet eine Demokratie ist. Eine direkte Demokratie, genau. Jeder Bürger trägt dazu bei. Und dass sie offenbar abstimmen lassen. Und das waren halt wahrscheinlich alles auch, dieser Planet war wahrscheinlich unter der Besatzung des Imperiums. Davon gehen wir da mal aus. Also das kam man eigentlich schon ganz gut. Deswegen haben die natürlich auch eine Abscheu dagegen. Und nun ist ein ehemaliger Imperialer König dieses Planeten. Und ja, das Letzte, was man will, ist natürlich diese dunklen Schatten von früher nochmal zurückzuholen. Ich finde zum Beispiel aber auch das Argument, also so wie du das erklärst, könnte ich das durchgehen lassen mit ein bisschen, okay, aber ich lasse es durchgehen. Ich fand aber zum Beispiel auch das Argument, dass sie gesagt haben, ja, wir dürfen also keine Waffen innerhalb der Stadtgrenzen nutzen, aber ihr seid doch Mandalorianer und als Mandalorianer gehören doch Waffen zu eurem kulturellen Ausdruck. Deswegen dürft ihr mit den Waffen in die Stadt reinkommen, ja. Ich finde, das gleiche Argument könnte man auch den Mandalorianern voller Stadtgrenze gelten lassen. Das ist kein Grund. Aber die werden bezahlt von dem Planeten. Das heißt, sie gehören in gewisser Weise dazu. Bo-Katan und Din Djarin waren nicht engagiert. Die haben dann nur ihre Leute gesucht und wurden dann reingezogen von dem Traktorstrahl. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh cool, da haben wir zwei Außenstehende, die wir nicht bezahlen. Das können wir doch so als Kauzone nutzen, um zwei bewaffnete Superkämpfer hier für unser Problem mal so, ne? Kann man doch mal probieren. Dann mal Hallo sagen. Das wäre jetzt so das, was ich mir dazu gedacht hätte. Ja, also das Ganze hinkt für mich ein bisschen, aber grundsätzlich ja, ich kann es so akzeptieren. Jetzt ist es so, die beiden bitten ja dann eben Din und Bo-Katan, dass sie eben diesen Auftrag annehmen, sich um die Battle Droids oder um die Droids eben zu kümmern, um die Androiden, die da eben diese Fehlfunktion haben. Und was ich da noch interessant fand, war, dass hier jetzt tatsächlich auch ein bisschen Politik ins Spiel kommt. Und das tatsächlich auch vom Käpt'n. Man merkt also da schon so ein bisschen seinen Hintergrund, finde ich, der dann eben sagt, ja, also wir haben ja gehört, ihr wollt ja Mandalore wieder erobern. Und wenn ihr diesen Auftrag erfüllt, dann würden wir Mandalore als souveränes Planetensystem oder als souveränen Planeten anerkennen und würden auch der Neuen Republik vorschlagen, dass sie das eben auch tun und versucht über diese Schiene politisch so ein bisschen Druck aufzubauen. Wobei Bo-Katan ihn ja da ins Leere laufen lässt und sagt, ja, ach, der Plan ist schon längst wieder ad acta gelegt und erledigt. Aber das fand ich ganz spannend, dass er es da so ein bisschen probiert. Ja, ich auch. Zumal sie da sehr offen umgeht und sagt halt eben mit dem, ja, der Plan ist durch. Und er sagt aber dann trotzdem, ja, aber mein Angebot gilt noch. Also, dass er sich wahrscheinlich auch für die Mandalorianer, egal wo sie jetzt leben, dann auch trotzdem stark machen würde innerhalb der Republik. Jetzt passieren zwei Dinge. Zum einen entscheiden sie sich dafür, den Auftrag anzunehmen und den zitierte Tom Cruise und ich so, nein, musste das sein. Wo er meinte, you had me at Battlejoids. Ja, also ich war schon da, ich war schon im Auftrag drin, ich war schon dabei, als ich Battlejoids gehört habe. Und das Zweite ist, dass Grogu ein bisschen, ich will nicht sagen, auf die Strafbank gesetzt wird, aber er wird hier rausgezogen. Das heißt nämlich, Grogu hat nämlich eine Priorität, die kennen wir und die wird immer Priorität Nummer eins, glaube ich, bei Grogu sein Essen. Und in diesem Fall ist es so, dass die Herzogin ja ganz entzückt ist von Grogu und ihn mit Essen lockt und sofort wechselt Grogu seine Loyalitäten und schwupps auf dem Schoß der Herzogin, die ja unbedingt meinte, hoch, darf ich das Baby mal halten? Zack, Essen, Grogu ist dabei. Und dann klault sie ihn dann später ja auch noch. Also Grogu ist im Grunde nichts anderes in dieser Episode als ein grüner Welpe, finde ich, der da irgendwie mit rumgetragen und gekrault und gefüttert wird. Aber ich meine, es soll ihm gut gehen und das passt aber diesmal wenigstens auch zum Alter der Figur, weil ich habe vor zwei Folgen noch gesagt, Leute, alle Kinder werden ins Bett geschickt, wenn die Erwachsenen sprechen. Nur Grogu sitzt mit dabei, wenn die Mandalorianer da ihren Sprechtalk mit dem Hammer haben. Und alle Kinder, alle Foundlings werden immer irgendwie in die Höhle geschickt, wenn es irgendwie um große, gefährliche Aufgaben gibt. Nur Grogu wird von Jin immer mitgeschleppt. Und dann denke ich mir so, und diesmal ist es age-appropriate, er wird da bespielt und gefüttert und gekrault und was auch immer. Und Bo-Katan und den sind eben auf Mission. Das heißt, das finde ich ganz okay. Ja, das finde ich aber super. Er ist halt auch älter als alle anderen Findelkinder, weil auch der Mandalorianer, muss man sagen. Ja, aber ich meine, das eigentliche Alter und das Alter der Spezies muss man ja auch berücksichtigen. Ja. Aber ich fand es zumindest okay. Ich meine, ja, ich liebe Grogu und immer mehr Grogu für mich. Ich bin da absolut dabei. Aber hier fand ich es okay, dass sie gesagt haben, gut, wir nehmen ihn einfach mal kurz raus für die ganze Battle-Droid-Geschichte. Ja, und da geht es nämlich jetzt auch weiter. Sie werden geführt zu Commissioner Hellgate und da hatten wir auch wieder so ein Ah, Moment! Nämlich, oh mein Gott, Christopher Lloyd! A.K.A., also die Rolle, aus der ich ihn natürlich kenne, am bekanntesten, ist Doc Brown aus Back to the Future, Zurück in die Zukunft. Wir ihn alle kennen und lieben. Ja. Aber es ist natürlich auch ein bisschen getypecastet, weil Christopher Lloyd mal wieder, man muss es so leider sagen, den irren Forscher oder den irren Professor spielt, auch hier, so ein bisschen. Ja, also Christopher Lloyd, der Commissioner, zeigt dann eben Videos von den Battle-Droids, die ja durchgedreht sind. Das fängt noch witzig an mit dem einen Droiden, der irgendwie eine Mülltonne leert und dann irgendwie ausrastet und die Mülltonne, den Müll auf den Weg schmeißt und sich dann aber noch die Mülltonne auf den Kopf fallen lässt, wo ich dachte, oh, hm, hm, hm. Und das zweite Video fand ich auch noch ganz witzig, da war so ein bediensteter Droid, der eben die Pakete, die er für die Herzogin tragen sollte, geöffnet hat und da die ganzen Klamotten rausgezogen und durch die Gegend geschmissen hat und das ist noch witzig. Und dann kommt das nächste Video, wo mir dann das Lachen mehr oder minder direkt im Halse stecken blieb, denn da sehen wir einen Droiden mit so ganz vielen Messern, ich sag jetzt mal so ein Sushi-Droide und statt, dass er dann eben Fisch oder Sushi oder was auch immer zerkleinert, weil er es eigentlich tun sollte, zerkleinert er einfach die Restaurantgäste, die bei ihm in der Theke sitzen und ich dachte so, ups, okay, jetzt verstehe ich das Problem. Das wäre so ein Moment gewesen, wo sich Dr. Hellgate einen Flachmann schnappt und dann sagt, Mori, das können wir nicht zulassen, was ist hier passiert? Aber du hast noch einen Unterhalt tatsächlich vergessen, aber wir sehen einen Kampftruiden, der in einen Gleiter steigt, in eine Art Auto, sollte es einparken und rambat damit voll gegen die Wand. Ja, also es ist natürlich so ein bisschen Slapstick-Humor, aber ja. Ja, klar, aber nur um die Videos ergänzend nochmal zu vervollständigen. Ich wusste, Bukatana ist mir sympathisch, denn die sagt, völlig rational und logisch, ah ja, dann schalten doch die Droiden aus, alles kein Thema und daraufhin kriegen wir aber was zu hören vom Commissioner. Geht nicht. Warum nicht? Weil die Gesellschaft auf Plasier 15 sich so daran gewöhnt hat, nicht zu arbeiten und eben den ganzen Tag in ihrem, ja, gut dünken zu schwellen, und so weiter. Die würden völlig vor die Hunde gehen, die ganze Gesellschaft würde zusammenklappen und zusammenbrechen, wenn sie plötzlich Aufgaben selber machen müssten. Sie brauchen die Bediensteten, aka die Androiden und deshalb kann man diese Androiden auf gar keinen Fall abschalten. Das ist so schön, diese kleine Kritik, die hier drunter steckt. Da machen wir uns nichts vor, denn so wird es laufen. Sobald die Menschen halt gecheckt haben, dass alle Arbeiten von Maschinen erledigt werden, werden die meisten sagen, hey, Jungs, Leute, Mädels, ich bin raus, tschüss. Ja, also du hast ganz, ich finde, du hast schon eine leichte Sozialkritik und natürlich auch eine enorme Konsumkritik da drin, klar, also das auf jeden Fall. In der Demokratie auf jeden Fall, wo man das selbst bestimmen kann. Anders wäre es jetzt zum Beispiel, das wäre auch mal eine spannende Folge, vielleicht auch für Nerdbedarf, eine kleine Werbung am Rande, ob man darüber philosophieren könnte, ob bei Star Trek kommunistische Verhältnisse herrschen, denn da arbeiten sie ja auch für zum Wohle der Menschheit und müssen es eigentlich gar nicht, weil es gibt ja von allem genug, aber das nur so am Rande, weil es ein kleines Gedankenspiel gerade ist, aber vielleicht ist es, also hier auf dieser sehr demokratischen Welt ist es halt so, hat man offenbar abgestimmt, die Maschinen sollen das alles machen, wir als Bevölkerung haben keinen Bock mehr, wir sind es nicht mehr gewohnt zu arbeiten, dieser Planet wurde vor die Hunde gehen. Ja, also da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber es ist natürlich auch nicht ungefährlich, sich völlig abhängig eben von so Droiden zu machen, das sehen ja dann auch eben Bukatan und Dinso und dann sagt ja aber noch unser Commissioner, aber für den Notfall und das war auch so geil, habe ich hier diesen großen roten Knopf, wow, das war so geil, also da wird jeder, in dieser Folge wird echt jeder Tropf wird rangeholt, auch eben dieser klassische große rote Knopf und wenn ich den drücke, dann werden alle Androideinheiten auf dieser ganzen Welt, in dieser ganzen Stadt quasi lahmgelegt, also Notfallknopf, also ja, ist okay, naja, also es ist schon sehr, es ist ganz gut, dass er nicht gedrückt hat, ja, ja, innerhalb dieser Folge, nach dieser Info, nachdem sie jetzt wissen, okay gut, so sieht es aus und das ist die Problematik, machen sich dann eben Bukatan und Din weiter auf den Weg, wo erfahren sie mehr über die Androiden und die Problematik und überhaupt sowieso bei den Agnots und dann fragt man sich kurz, Moment bei wem und dann kommt raus, ja, das sind quasi die, ich sag jetzt Ingenieure, die die Roboter eben zusammenbauen und umprogrammieren etc. etc. Und als ich sie dann gesehen habe, ich muss dir sagen, als Star Wars Fan müsste ich es vielleicht wissen, aber erst als ich sie gesehen habe, wusste ich, ach, die Spezies ist das, nämlich Quill, mit dem Din ja auch zusammengearbeitet hat, der immer dann so schön mit I have spoken seine Sätze beendet hat und hier sieht man auch sehr schön die Dynamik, finde ich, zwischen Bukatan und Din, nämlich sie, die da relativ forsch vorangeht und mit denen reden will und die ignorieren sie ja komplett und dann aber Din, der ja weiß, wie man eben mit Ugnitz umgeht, weil er ja die Erfahrung eben hat von Quill und dann sagt, ich bin ein Freund von Quill, ich habe gesprochen und das öffnet ihnen dann die Türen und sie werden eben mit an den Tisch gebeten und können ein bisschen versuchen, in Erfahrung zu bringen, was denn mit den Androiden jetzt ist und die Ocknotts sagen, nee, 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 Moment, es gibt keine Fehlfunktion. Da stimmt zwar was grundsätzlich nicht, aber wir sind es nicht gewesen. Aber die erinnern mich so ein bisschen von ihrem Handhabungsweise so ein bisschen an die Zwerge aus dem Hinterring-Universum, sind so gerne unter sich, lassen sich nicht unter die Karten schauen. Dem musst du ganz behutsam und besonders reden, die sind nicht schlecht drauf, wenn du die halt auch nicht irgendwie herablassend behandelst, aber sind halt auch voll und ganz von sich überzeugt von wegen, was wir bauen, ist das einzig Wahre und sind hier die besten Mechaniker, die ihr irgendwie für Geld kriegen könnt und so und so. Genau, man muss also wirklich wissen, wie man sie zu nehmen hat und das hat ja DIN Gott sei Dank gewusst und nachdem sie jetzt also die Info bekommen haben, dass eigentlich die Ocknotts nicht dran schuld sind, geht es weiter mit der Erforschung und zwar treffen sie dann eben auf unprogrammierte Androiden und DIN provoziert einen dieser ehemaligen Battle Droids und er greift ihn eben an und der wehrt sich. Beziehungsweise er schlägt ihn nieder und rennt dann eben weg und DIN und Bo hinterher. Das ist so wirklich eine kleine Hommage an Blade Runner, habe ich mir gedacht. Ja. Und du musst die suchen und dann tarnst du ein und dann gibt es diese Verfolgungsjagd durch ein bisschen, naja, leicht Cyberpunk angehauchte Welt, aber nochmal wieder so ein bisschen diese kleine Kritik dran, wie DIN JAREN es nicht sein lassen kann, erstmal überall den Scheibenwischer bei denen zu machen, von wegen checken die irgendwas, dann kickt er die so an, also er legt immer noch so einen drauf und dann gibt es eigentlich auf einmal harte Flashbacks zu so einem Video, was ich mal gesehen habe über Boston Dynamics, so eine Versuchsanstalt, wo halt diese Little Dogs, diese kleinen vierbeitigen Roboter, die hat jeder Sci-Fi Tech Nerd mal schon mal von euch irgendwo gesehen, da auf so einem Tisch rumlaufen und so ein Typ versucht, ihn mit der Stange umzuwerfen, ihm zu testen, wie ist die Balance und die logische Konsequenz wäre, wenn dieser Roboter ausholen würde und würde diesen Typ mit der Stange mal eine überziehen, so wie den JAREN sich der eine gefangen hat, dann machen wir uns nichts vor, wenn die Maschinen mal ausrasten, so wie in der Episode, ist der Typ, der provoziert hat, der Erste, der drauf geht direkt. Du hast gerade Blade Runner genannt, das war auch der Eindruck, den ich bekommen habe, als es jetzt auf die Verfolgungsjagd geht, denn da laufen sie ja durch die Stadt und man sieht im Hintergrund so ein bisschen die Einkaufspassagen und eben die Leuchtreklamsschilder und so weiter. Ich finde, das ist auch sehr, sehr gut gelungen, wie das eingefangen ist, auch hier von der Kamera und so und da hatte ich auch sehr starke Blade Runner-Vibes von dieser ganzen Stadt, die wir da sehen. Und auch diese kleine Schnitzeljagd, die die beiden hier schon die ganze Zeit machen, die geht ja hier weiter, weil die kriegen diesen Druiden ja auch zu fassen. Genau, zu fassen ist gut, er wird also abgeschossen. Von hinten niedergeschossen. Genau. Auch wieder so ein bisschen Blade Runner-Vibes. Und sie fliegen vorher durch eine Fensterscheibe, gibt es ja auch so diese krasse Szene, woran Blade Runner halt diese Frau, die nah an Druiden ist, erschossen wird und auch durch eine Scheibe fliegt, sehr dramatische Szene. Und das ist hier nicht anders, also ohne den Schrei jetzt, aber ja, er wird auf offener Straße niedergeschossen, und was für die Bevölkerung ein Schock sein muss, wenn auf einmal jemand mit einem Blaster rumballert. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, denn gleich als der da eben niedergeschossen ist, kommen so kleine Mini-Polizisten-Androiden raus. Ja, die man sieht. Und es wird so ein Holo-Absperrband, so ein Crime-Scene-Band, wird gespannt, in gelb natürlich auch. Und dann gibt es eben die Durchsage, dies ist ein Tatort, bitte halten Sie Abstand. Und ich dachte, wenn das nicht so ein kleines, ja, so ein kleines Nicken-Richtung Standard-Crime-Procedal-Shows sind, weißt du, so diese Crime-Scene-Shows, wo du ja auch immer diese gelben Absperrbänder und alles hast, dann weiß ich auch nicht was. Also ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe und dachte, ah, okay, dummerweise bedeutet ein abgeschossener Androide auch ein ich-kann-nicht-mehr-reden-Androide, aber sie finden trotzdem einen weiteren Hinweis, nämlich ein Zynkett, die Superkampf-Druiden waren jetzt nie wirklich für ihre Dialoge bekannt. Die Viertmission waren ja eher die normalen Kampf-Druiden. Die SKDs, die haben, glaube ich, nur ein, zwei Sätze mal so zwischendurch in den Hauptfilmen, ja, die waren eher auf Zerstörung programmiert und die haben, glaube ich, auch in Episode 3 nur einen kleinen Dialog, wenn sie da R2 finden mit dieser etwas albernen Öl und mit seinem Jetpack so eine das Öl an und diese beiden SKDs gehen halt in Flammen auf. Also mehr haben die, glaube ich, auch nicht zu melden als solche oberflächlichen Sätze. Also da kannst du auch bei einem Verhör nicht mehr viel wirklich rauskriegen. Dann ist das ja nicht so schlimm und umso besser, dass sie ein Zündpad finden und zwar von einer Bar mit dem Titel The Resistor und da natürlich auch gleich A-Resist, also Widerstand, Widerstehen. Da habe ich mir auch schon gleich gedacht, okay, wenn die Bar jetzt der Widerstand heißt, ist das vielleicht eine Bar, in der sich die heimliche Widerstandszelle der Androiden trifft oder so, wobei, da wäre ja dann nichts mehr heimlich dran, aber auf jeden Fall scheint es eine Androidenbar zu sein und genau dahin machen sich jetzt eben den und wo auf und marschieren da auch wirklich so rein, so hier, hier sind wir. Und in dieser ganzen Bar ist auch kein einziges Lebewesen, also es sind alles Androiden, die da sind. Und was ist natürlich, ich finde, die beiden sind ein ganz gutes Team, wenn es so ein bisschen um so Diplomatisches Geschick geht. Good Cop und Bad Cop. Ja, also Good Cop und Bad Cop, ja, aber Din war halt auch derjenige bei den Ugnots, der da helfen konnte und hier haben wir jetzt eben doch eher Bo-Katan, die da so ein bisschen beschwichtigend eingreift, weil Din ja natürlich gleich den Bar-Androiden bedroht und sagt, wenn du mir jetzt nicht, ganz ehrlich, wenn du mir nicht sagst, was du weißt, dann schmelze ich dir hier mit dem Laser irgendwie das Gehirn raus. Hätte ich mir auch gedacht, könnte ich mal irgendwie so einen Androiden-Tisch der Kommende rausschmeißen, weil der kommt instant ran und fängt an, den Barkeeper zu bedrohen, also die wichtigste Person im ganzen Raum für alle Gäste. What the fuck? Und ich hätte eher so einen Spruch erwartet, kaum dass sie drin sind, dass der Droide dann so anflaumt, so wie so, ey, die Sorte wird hier nicht bedient, raus mit euch, so nach dem Motto. Man darf halt nicht vergessen, dass Din ja eben auch diese sehr schwierige Vergangenheit mit Androiden hat. Der hasst Androiden ja auch, weil er sie ja verantwortlich macht für den Tod seiner Familie. Das ist ja auch eben... Das nehme ich aber nicht wie die Axt im Walde, wenn du da einfach nur ermitteln willst. Für ihn sind halt Androiden nichts weiter als, ja, rumlaufende Blechdosen irgendwie. Ja, ja, ja. Das ist halt, das ist halt die Problematik. Und was ich hier jetzt aber sehr, sehr interessant fand, war, hier kam tatsächlich eine Wendung in der Story, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich hätte jetzt ja damit gerechnet, dass sich eben herausstellt, die Androiden sind alle böse. Und dann stellt sich aber raus, dass dieser Bar-Androide sagt, nee, nee, Moment, wir möchten helfen. Apropos Thema Re-Sozialisierung. Wir sind hier alles Androiden, teilweise eben auch imperiale Androiden, die quasi jetzt neue Aufgaben bekommen haben. Und wir möchten diese Aufgaben behalten und wir haben Angst, dass wir das verlieren. Hier sind auch Androiden, die gehen zurück bis zu den Separatisten und so weiter. Und dann sagt er etwas, was ich sehr, sehr schön fand, was ich toll fand. Ich habe es mir auf Englisch aufgeschrieben. Er sagt, Human life is so short. Humans created us. That's the least we can do. Also menschliches Leben ist so kurz. Die Menschen haben uns erschaffen. Ihnen zu dienen ist das das Wenigste, was wir tun können. Und da hatte ich so einen kleinen Aha-Moment, weil man denkt da nicht so dran. Aber wenn man sich das so überlegt, wie lang so ein Androidenleben ist, also Leben in Anführungszeichen, im Vergleich zu einem Humanoiden oder einem menschlichen Leben, dann ist eben diese Zeit, die sie vielleicht als Diener tatsächlich arbeiten, wirklich nur so ein Wimpernschlag. Absolut. Also für die Druiden, die da drin sind und die ja noch instand gehalten wurden, das ist mal auch wieder eine, es ist fast schon eine Asimovsch-Zutraussicht, dass die uns als, also die uns als Menschen, als Humanoide, als ihre Erschaffer auch als eine Art nicht Götter ansehen. Das wird so nicht gesagt, aber es wird darauf angespielt, dass sie eben den Menschen was schuldig werden. Und dass er eben gerne hilft und dass das das Mindeste ist, was er so einem kurzen Lebensspanne vom Mensch doch Gutes tun kann, einfach mal zu helfen. Wie gesagt, so ein bisschen Asimovsch zwischen nicht so dystopisch zukünftig, die hassen uns alle in der Zukunft und wollen uns alle vernichten. Also es sind halt keine Terminator, auch wenn einige von ihnen wahrscheinlich mal welche waren. Weil da stehen halt wirklich Protokoll-Truiden, SKDs, normale Truiden. Jeder pichelt da sein spezielles Öl, was die da alle in ihren Schilder-Päckchen damit rundschleppen und sind sich auch cool miteinander. Da ist der Name von der Bar mit Resistance eigentlich fehl am Platz, dachte ich, aber ist es gar nicht so sehr, wenn man dann die Folge am Ende weiterverfolgt und sich so ein bisschen nochmal über die Motive und Antagonisten Gedanken macht. Hier hat wahrscheinlich jeder, der sich ein bisschen besser mit Star Wars auskennt als ich, wahrscheinlich irgendwie Gold. Es werden bestimmt auch ganz viele Easter Eggs hier drin sein, allein schon bei dem Anblick der verschiedenen Androiden und wo man die alle verorten kann, in welchen Serien oder in welchen Zeitaltern. Also ich glaube, da gibt es draußen viele Leute, die sehr viel mehr wissen als ich. Das heißt, lass es uns doch wissen, sag ich jetzt einfach mal so in den Ärter, was wir hier an Easter Eggs verpasst haben. Aber ich glaube, da ist einiges dabei. Und was ich noch sehr lustig finde, ist, dass alle Androiden da ja zusammen das bestätigen und pfeifen und trillern und so weiter. Und da dachte ich so, will ich das vielleicht als meinen SMS-Ton haben? Das wäre irgendwie schon geil. Ja, dafür, dass es sich um Androiden handelt, finde ich das sehr human und fand es doch sehr, sehr menschlich im Grunde. Es ist sowieso so eine Sache, ich hatte ja im letzten Recap, in dem ich dabei war, hatten wir uns ja kurz auch über Androiden unterhalten und darüber, dass es im Star-Wars-Universum irgendwie so ein bisschen ja seltsam ist. Also manchmal haben die Androiden Gefühle und manchmal auch nicht. Und ich weiß nicht, also ich finde das so ganz schwer einzuordnen. Aber reine, laufende Blechdosen sind sie eben nicht. Nicht alle, nee. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, dass die Androiden in dem neuen Star Wars auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, wenn nicht sogar teilweise grausam. Und dass wir dann eben jetzt hier im Gegenzug dazu diese Szene bekommen haben, die sich auch so ein bisschen finde ich zurückbezieht auf die Folge vor zwei Folgen, wo ja Captain T war, die den geheimen Stützpunkt der Mandalorianer gefunden hat, weil ja sein ehemaliger Kumpel R5 bei den Mandalorianern mit dabei war, wo man also, wo er kam und sagte, ja, ich hab euch gefunden, weil ich mit einem ehemaligen Kumpel von mir, der hier, der mit mir zusammen gedient hat, weil der mir verraten hat, wo ihr seid, wo sich ja alle Mandalorianer so schäl von der Seite durch den Helm angeguckt haben und gedacht haben, wer von euch ist der Verräter? Ich ja auch. Und als dann da eben diese Androide lang rollte, alle plötzlich meinten, oh, den gibt's ja auch noch. Und wo ich noch, da hatte ich nämlich gesagt, man vergisst einfach diese Androiden, dass die überhaupt existieren. Da kamen wir eben in unserem Gespräch darauf, dass die Androiden eben so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Und deswegen hat mir das so gut gefallen, dass wir eben hier in dieser Folge nochmal gezeigt bekommen, nee, Moment, die haben im Grunde eine ganz eigene Subkultur, die völlig über die Köppe der Menschen oder Lebenwesen, Menschen sind es ja nicht nur, hinweg geht. Ja, auf jeden Fall. Dann erfahren wir, dass alle Androiden, die diese Fehlfunktion aufgewiesen haben, ein, ich sag jetzt mal Öl, ein Drink genommen haben, nämlich eine Flüssigkeit, die sich Nepenthe nennt. Da sehr, sehr spannend, auch übrigens Nepenthe, kennt man aus der Mythologie, ist ein Mittel, das von Helena in den Wein gemischt wurde und das angeblich Schmerzen wegzaubert und alle Krankheiten heilt und Kummer und Böses von einem fernhält. Also der Name ist hier schon sehr bezeichnend auch. Alkohol, schreibt man den selben Effekt zu. Naja, gut. Ich sag jetzt einfach mal, Böse ist so eine Art Schmieröl und das haben die getrunken und offensichtlich alle von der gleichen Einheit Nepenthe und das... Ach, das war das. Die waren gar nicht böse, die Druiden, die hatten alle nur so viel Korn in Tust. Ja, ja, die waren alle besorfen. Also wirklich das Letzte, was du irgendwie machen kannst, irgendeine Billusscheiße dir da reinziehen. Ja. Also irgendwas hat es auf jeden Fall mit diesem Nepenthe wohl zu tun, weil die alle davon getrunken haben oder sich das irgendwie einverleibt haben und dann ist die nächste Szene in, und da musste ich auch wieder schmunzeln, in der Leichenhalle für Androiden. What the fuck? Warum brauchen wir eine Leichenhalle für Androiden? Also ich glaube, hier wird einfach nur, ganz ehrlich, dieser Crime-Noir-Trope wird einfach nur bedient. Ja? Also es muss halt einfach eine Szene in der Leichenhalle geben und hier haben wir sie. Es gibt ja quasi eine Autopsie-Szene mit einem Androiden. Genau. Wenn du so willst, dass sie halt den Inhalt dieses Androiden eben untersuchen. Du hast ja vorher schon gesehen, als diese kleinen Absperr-Androiden geben kamen, dass sie auch vereinzelt schon abgescannt haben, untersucht haben, was ist hier passiert, so ganz rudimentär. Und jetzt haben wir hier quasi so eine angedeutete Autopsie eines Androiden, wo sie dieses Öl eben analysieren und checken. Alles klar, das ist vom gleichen Fass, Galone, keine Ahnung, was sie da für eine Anleit haben. Und es trifft halt zu auf die anderen Droiden, die auch diese Fehlfunktion hatten. Die haben alle den gleichen Fusel-Intus. Genau, genau. Und das wird nämlich jetzt nochmal näher untersucht. und daraufhin stellen sie eben fest, ja, also da sind irgendwie so Nanobots mit in diesem Nepenthe drin gewesen, die sich da jetzt in dem fehlfunktionierenden Androiden selbstständig gemacht haben und da irgendwie den Code umschreiben. Und ich hätte jetzt gedacht, wir sehen da voll die Code-Zeilen oder so. Nein, wir sehen tatsächlich echte Schriftzeichen, so als ob der da einen Brief schreibt. Ich dachte so, was ist das? Das war so ein bisschen befremdlich. Und dann stellen sie aber fest, dass das wohl ein Code ist, der, und jetzt haben wir nämlich die Lösung, da da vom Commissioner Hell geht wohl stammt. Er hat diese Droiden manipuliert, aber bevor sie das rausbekommen, kommt es noch zum Äußersten. Denn die Frage ist natürlich, Moment mal, hat dieses Nepenthe auch Auswirkungen auf den Androiden hier? Und kaum haben sie das gefragt, rastet der Labortruide in der Mitte, diese weiße Kugel, aus und schießt in alle Richtungen. Und da haben wir eine der Szenen mit, also eine der besten Szenen finde ich in dieser ganzen Folge. Und dann schießt halt dieser Labortruide um sich und den zückt das schwarze Lichtschwert, holt aus und schlägt diesen Androiden in zwei. Und du hast wirklich so zehn Sekunden, wo auch so diese Titelmelodie von The Mandalorian halt eingespielt wird, dieses mit diesem Lichtschwert in der Hand und dem gezweiteilten Androide. Hallo, dafür nehme ich jeden lächerlichen Kamio-Auftritt in Kauf. Ja, dieses charakteristische nochmal, das ist so schön, bezeichnend einfach nochmal, nochmal einen I-Punkt drunter gesetzt unter seinen Androiden-Hass, da durfte er nochmal rauslassen. Ich hab's euch doch gesagt, wir hätten dem nie vertrauen sollen. Genau, aber auch er mit dem Schwert in der Hand, ich meine, er macht schon eine gute Figur. Es war schon alles sehr, sehr wow. Ja, wir haben also rausbekommen, der Commissioner ist der Bösewicht und ich meine, Hand aufs Herz war es für uns überraschend, natürlich nicht. Wenn ein Christopher Lloyd auftaucht als Nebenfigur, dann ist uns doch klar, dass der irgendeine Rolle in der weiteren Folge auf jeden Fall noch spielen wird und die Bösewicht-Rolle lag nahe, oder? Ja, die lag nahe und nun ergibt das auch so ein bisschen Sinn, warum diese Bar vielleicht auch Resistance hieß, der hat nämlich diesen Fusel dann nur in dieser Bar, so wie ich sie mitgekriegt hab, ausschenken lassen und nur diese, die ganzen Droiden, die ausgeflippt sind, sind ja nur da sich an reinstellen gegangen, und das hat er halt gemacht, um da so eine eigene kleine Roboter-Resistance oder Androiden-Resistance aufzubauen. Er hatte ja alle unter Kontrolle, die funktionieren zwar jetzt nicht so, wie er will, aber auf einen Knopfdruck im wahrsten Sinne kann er die dann Amok laufen lassen. Das ist nämlich genau das, was jetzt auch passiert. Din Djarin und Bukhatan kommen dann eben wieder zum Commissioner und sagen, Moment mal, wir haben es rausgefunden, du bist der Bösewicht und was passiert, wir haben hier wieder die absolute Trope, wie ich vorhin gesagt hab, er hält seine Hand über den roten Knopf und sagt, dieser rote Knopf ist nicht dazu da, um die Androiden lahmzulegen. Nein, wenn ich diesen roten Knopf drücke, dann laufen alle Androiden in der Stadt Amok und werden alle Lebewesen zu Tode metzeln. Und ich so, okay. Was ich überraschend fand, war das Bukhatan, obwohl ich damit gerechnet hab, weil sie ist ja einfach doch so eine ganz No-Nonsense-Dame, dass sie dann wirklich ihn anschießt beziehungsweise zappt. Das Einzige, was ich mich gefragt hab, ist, schafft sie es schnell genug ihn zu zappen, bevor er den Klopf drücken kann. Und das hat sie ja dann auch geschafft. Weil er den klassischen Böseheldenfehler macht, wie immer. Er redet zu viel. Genau. Der Böse, der Böse-Monolog, natürlich. Der seinen Plan noch erklärt und er ist ja ein Separatist und er hält Kaun Doku für einen Visionär und die Jedi sind ja schuld, dass... Und dann wird er gerüstet. Genau. Und da muss ich aber kurz zugeben, weil ich bin, wie gesagt, ja nicht ganz so tief in der Star Wars-Lord drinne. Ich musste echt kurz überlegen, Moment, wer waren die Separatisten nochmal? Also natürlich, als ich dann kurz mal nochmal nachgegoogelt hatte, fiel mir wieder ein, ja natürlich, logisch, das sind die Separatisten. Das war dann eigentlich relativ schnell wieder klar. Aber ich hab einen kurzen Moment gezögert. Aber in dem Moment, denke ich, in dem Kaun Doku genannt wird, wird selbst den Zuschauern klar, die sonst keine Ahnung vielleicht haben oder nicht so tief in dieser Star Wars-Lord drinne sind, dass es hier also doch eher die böse Seite der Macht ist als die gute, auf der wir uns befinden. Ja. Die haben ja auch ein paar machtsensitive Gefährten gehabt beziehungsweise Anführer gehabt, die Separatisten. Also eigentlich die machtsensivitisten überhaupt, also mit Kondoku und Absidius und vereinzelt anderen. Aber ja. Dann geht es weiter. Wir sind zurück bei der Herzogen und dem Käpt'n. Christopher Lloyd, Commissioner Helgert wird ihnen vorgeführt und es wird gesagt, hier habt ihr euren Bösewicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Ganze ist super antiklamatisch, oder? Vor allen Dingen, weil er ja auch nicht wirklich richtig bestraft wird, sondern er holt ja dann auch wieder in seiner Verteidigungsrede sozusagen das Resozialisierungsthema raus und sagt, ja und ich hoffe, ich kann deine Vergebung irgendwann bekommen, liebe Herzogenen und ich werde mich bessern und mit hängenden Schultern schlurft er dann weg und ich dachte mir nur so, what the fuck, kein Gefängnis, keine Strafe, kein gar nichts und ich meine, Hand aufs Herz, ja, wenn es danach geht, wie viele Leute er umgebracht hat, weil er hat ja wirklich auch richtig Leute umgebracht, Er hätte einen Massenmord anstellen können, ein regelrechtes Massaker, wenn er den Knopf gedrückt hätte. Ja, aber wenn die Herzogin ihrem Mann verzeiht, der ja, ich würde behaupten, sehr viel mehr Leben auf seinem Gewissen hat, dann ist ja dahin gegen der Commissioner gar nichts. Also vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Also es war sehr antiklimatisch und auch ein bisschen unzufriedenstellend, wie das Ganze ausgegangen ist, aber zumindest hatten wir dann eben den Bösewicht und der schlurfte dann weg. Was wir dann stattdessen bekommen haben, ist nochmal eine niedliche Grogo-Szene, die musste natürlich sein. Zum einen haben wir, als dann der Commissioner den Jaron und Bokatan wieder zurückkamen in den Thronraum gesehen, dass sie ein Spiel gespielt haben und ich weiß nicht warum, aber ich hatte sehr harte Alice im Wunderland-Vibes, so nach dem Motto ab mit dem Kopf, weißt du, so ein bisschen. Das war wirklich so, Alice im Wunderland. Und was aber sehr süß war, ist, die haben dann also so einen Ball durch so Ringe durchgeworfen oder was heißt Ball, das war ja eigentlich so ein zusammengerolltes Wurm-Ding irgendwie. Wie so ein Gürteltier halt. Ja, genau. Und dann hat die Herzegin das eben gleich durch vier Ringe durchgeworfen. Ein super toller Wurf und aus den Augenwinkeln sehen wir, wie in Wirklichkeit Grogo da ein bisschen mit der Macht nachhilft und ich dachte so, ach Gott, wie niedlich. Aber natürlich vielleicht auch das kleine heimliche Dankeschön dafür, dass er gefüttert und gekrault wurde. Ja, also das war noch ganz nett und dann wird sich eben natürlich bedankt bei denen und bei Bokatan und sie bekommen den Schlüssel der Stadt überreicht, das natürlich auch wieder entgegen der Erwartung ein riesen Ding, ja, also riesen zwei Meter, anderthalb Meter langer Schlüssel irgendwie. Das war so symbolische Geste halt. Den Schlüssel der Stadt, denn jetzt haben sie halt ihr Leben lang sind sie jetzt auf diesem Planeten willkommen und gern gesehene Gäste. Ja, aber viel wichtiger, Grogu wird zum Ritter geschlagen. Warum? Sir Grogu. Ich weiß irgendwie, gönne ich auch Grogu. Ich gönne Grogu auch eigentlich alles, weil ich mir denke, ja, der Kleine macht sich. Er ist jetzt zumindest schon mal Ritter, wenn schon kein Jedi-Ritter, aber immerhin geschlagen worden zu einem. Dann ist er Teil der Mandalorianer, also der geht seinen Weg in irgendeiner Form. Aber ich frage mich, mit welchem Verdienst er jetzt zum Ritter geschlagen wurde und gleichzeitig frage ich mich, was das für ein seltsamer Planet ist, der ein Kind einfach mal so zu einem Ritter schlägt, das nicht viel getan hat, außer niedlich zu sein und einen Schwerkriminellen einfach mal so, patsch, patsch, das machst du jetzt aber nicht nochmal. Was haben die denn bitte für einen Einfluss, wenn die sich dann für Mandalorianer aussprechen wollen? Wer will die denn ernst nehmen, wenn die so lapidare Gesetze und Titel vergeben? Also ich glaube ja, dass sie sowieso keiner ernst nimmt. Ich meine, das Ding heißt Pläse 15, ja. Solange sie ihrem Pleasure, ihrem Pläsier nachgehen können, ist denen eigentlich alles egal. Deswegen ja auch so diese ganze Resozialationsschiene und Grogu ist Ritter geworden, weil er süß ist, weil sie ihn sympathisch findet, weil sie kann. Es ist mir egal, warum er ist Ritter, ist jetzt so ein Krug. Das ist das Einzige, was zählt. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Ja. Und wahrscheinlich auch, um diese Truppe zu bedienen. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben so ein bisschen Fenler aufgemacht oder irgendwie Trop-Bingo oder so und haben einmal alles in einen Blender rein und dann gewürfelt, umgetreten, geguckt, okay, welche Truppe haben wir? Was wollen wir hier in der Episode bedienen? Okay, wir haben irgendwie Creme War, Leichenhalle, Hals und Roboter. Ja, egal, machen wir trotzdem. Und wir haben irgendwie König und Königen und Staatsbankett und da muss doch am Ende auch noch immer einer zum Ritter geschlagen werden. Ja, aber wer, wen könnten wir da nehmen? Und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, da wurden einfach bestimmte Tropes abgehakt. Das funktioniert für die Folge oder nicht, aber in diesem Fall führt es eben zu Sir Grogu. Ja, ja. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Teil der Episode, zu dem, der wichtig ist, tatsächlich auch für den Rest der Staffel. Denn diese ganze Episode um Plaisir 15 mit den Bottle Droids und so weiter, Battle Droids, das war tatsächlich eigentlich eine Battle und Bottle, ich hab grad Probleme. Das war eine Bottle Episode, die im Grunde nichts für die Handlung, Gesamthandlung gemacht hat, sondern das, was für die Gesamthandlung wichtig ist, das kommt jetzt. Denn nachdem sie eben diese Aufgabe gelöst haben, dürfen sie natürlich sich auch an die Mandalorianer wenden, die vor der Stadt liegen und da fliegen sie jetzt hin und da sind sie ja in dieser einen Transportkapsel wieder und ich find's so nett. Den fragt dann Bo Katan, ja, was hast du denn jetzt für einen Plan? Und sie so, ich werde es wissen, wenn ich da bin. Und ich noch so, ja super, also gar keinen, toll. Naja, sie sind dann eben auf dem Weg zu den Mandalorianern, zu den restlichen und Bo Katan fordert dann eben den aktuellen Chef der Mandalorianer, nämlich Ex-Woof heraus, dass sie eben wieder den Anführerposten zurückbekommt. Und hier haben wir dann eben wieder Simon Kassianides, der natürlich immer super in seiner Rolle ist. Wir haben auch wieder, ich glaube, Cosca Reeves, die Mercedes Van Nado spielt, das ist ja diese andere Mandalorianer, die wir auch kennen, die auch in der Truppe von Bo Katan mit dabei war. Die junge Dame mit dem Stirnband, Mercedes Mon, Mercedes Mon heißt die Dame und wir kennen sie eigentlich eher aus der WWE unter ihrem Rollen-Ring-Namen, nämlich The Boss Sasha Banks. Die ist hier wieder dabei. Also für alle WWEler oder ehemaligen, die sie noch kennen, die dürfen sich hier erneut über einen kleinen Gamio freuen. Naja, es kommt zum Kampf zwischen Woof und Bo. Ich finde es immer auch so, oder sagst du immer Bo Katan, ich finde es klingt so seltsam, wenn ich nur Bo sage. Und ich dachte erst kurz, weil ja dann beim Kampf zwischendrin auf Grogu geschnitten wird, dass Grogu vielleicht heimlich mit der Machtnachhilfe hat er aber nicht. Bo Katan schafft es tatsächlich eben, Ex-Woof zu besiegen und sie killt ihn aber nicht, sondern sie sagt halt, gibst du auf und er so, ja, ich gebe auf. Ja, ja, sie ist passiver. Er geht volles Risiko, also er hätte keine Probleme gehabt, sie umzubringen. Genau. Und daraufhin wird sie aber offiziell wieder Anführer, aber die anderen Mandalorianer erkennen sie als Anführerin nicht wirklich an, denn jetzt sagt ja Ex-Woof nämlich ganz berechtigt eigentlich, ja super, du willst unser Anführer sein, aber was ist denn bitte mit dem schwarzen Lichtschwert? Das hat ja wohl den Jaren und den forderst du ja auch nicht zum Kampf auf. Also das stimmt ja auch irgendwie vorne und hinten nicht. Und dann kommt etwas, was ich absolut doof fand, wirklich richtig, richtig, hat mir überhaupt nicht gefallen und super, also sprich mal über Antiklimatik, super Antiklimatik, weil dann nämlich Din Djarin sagt, ja, Moment mal, eigentlich ist ja Bo-Katan schon längst Besitzer dieses Lichtschwertes, dieses dunklen Lichtschwertes, weil sie hat einen Gegner, der mich besiegt hat, besiegt, um mich dann zu retten, also im Grunde gehört das Lichtschwert ihr. What the fuck? Es ist ein bisschen sehr, also ich finde, also erstmal muss ich noch ein Wort dazu sagen, mit welcher Begründung sie dann sagen, okay, wir folgen jetzt nicht dir, Bo-Katan, sondern wir folgen jetzt Din Djarin. Ihn erkennen sie nicht an, weil er ja nicht mal ein Mandalorianer ist. Naja, also sie behaupten, er sei kein Mandalorianer. Weil er kein mandalorianisches Blut in sich hat. Ja, also weil er nicht auf Mandalore geboren ist. Und das ist halt auch so ein Ding, ja, das geht denen halt um Zugehörigkeit. Also die Kinder der Watch, die Truppe, der halt die Schmiedin und der halt auch den Djarin und alle anderen angehören, die wir so kennen von dieser radikaleren Gruppe hier, der wir halt die meiste Zeit folgen, wenn wir mal was sehen von den Mandalorianen. Die werden immer so ein bisschen abseits gehalten. Das sind so die Fanatiker, die Kämpfer, die Krieger, die wollen immer nur den direkten Weg, aber wir sind dann die einzig Waren. Nein, ihr seid auch ein bisschen irgendwo sehr fragwürdig mit euren Ansichten, wenn jetzt Leute, die ihre Kultur anerkennen, leben und auch lieben, dann nicht als eure anerkennt, wenn er da immer noch differenziert, dann frage ich mich, wer ist da schlimmer manchmal an mancher Stelle. Das kann man sich auch noch stellen, nur weil dann eben mal, er muss Mandalorianischen Blutes sein, aber Bukatan ist clever, sie sagt, nein, er ist trotzdem einer von uns, weil er geht den Weg und das macht das vielleicht sehr konsequenter als die meisten von euch und sie kommt aus beiden Welten, sie hat es geschafft, ihr Argument zu nutzen, aber was du halt auch meintest, womit du auch absolut recht hast, ist, dass die Serie, dieses Potenzial, was sie am Ende von Staffel 2 aufgebaut hat, wo Moff Gideon dann lacht und sagt, hier, du kannst es ihm nicht schenken, sie muss es sich im Kampf verdienen, dass sie diesen Konflikt und sei es auch nur in dem Scheinkampf, dass sie nicht wollen, dass die beiden sich wirklich irgendwann umbringen, sagen, alles klar, dann lässt sich jetzt den Jaren hier besiegen und dann hat sie es, das wäre vielleicht noch eine geschicktere Sache gewesen als dieses etwas, ja, sie hat den Feind besiegt, der mich besiegt hat und dann so und so, das ist so, dieses Motiv schön aufbauen, dann wieder fallen lassen, so das, ah, nee, hat sich nicht richtig angefühlt. Ja, genau, ich fand, das ist das, was ich meinte mit Antiklimatik, es war irgendwie so ein, ja, so ein Cop-out, das war so, wie können wir es irgendwie lösen, ohne dass die beiden sich kloppen müssen und ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass vielleicht die beiden einfach als Team losgeschickt werden, um dann Mandalore zusammen zurückzuerobern und irgendwann im Laufe dessen es zu einem Kampf kommt, wo dann das Schwert eben verloren wird, vielleicht auch über eine dritte Person oder so, wie auch immer, aber dass die sich quasi nicht direkt bekämpfen müssen, aber wie es jetzt gelöst ist, aber so einen Sekundanten meinst du? Ja, vielleicht irgendwie oder so, aber wie das Ganze, ja, ich hatte halt gedacht, dass die einfach eine Zeit lang eben als Team unterwegs sind, was sie ja jetzt auch schon sind, aber die Lösung, wie sie jetzt da gezeigt wird, die fand ich doof, muss ich dir ganz ehrlich sagen. ja, und, ja, also man sieht natürlich, ich, also ich finde gut, dass diese Frage nach dem dunklen Lichtschwert gestellt wurde, denn das haben wir uns ja alle gestellt nach der letzten Episode, wo es ja dann hieß, sie geht beide Wege, da habe ich übrigens auch so meine Probleme mit, aber das ist eine andere Diskussion und nachdem dann eben gesagt wird, sie geht beide Wege, war ja die Frage im Fernsehen im Allgemeinen, ja, aber sie hat doch nicht das Lichtschwert und jetzt hat sie es und jetzt sind alle diese Probleme aus dem Weg geräumt, also kann sie, wie werde ich jetzt Mandalore zurückerobern, wobei ich mich frage, ob sie das dann wirklich jetzt auch macht, das ist irgendwie, weil ich meine ganz ehrlich, so schön es ist, Mandalore zurückzukriegen, aber der ganze Planet, ja, er ist zumindest nicht so vergiftet, dass du die Luft nicht atmen kannst, aber willst du diesen Planeten wirklich zurückhaben, der ist überzogen von so grünem Kristallzeug und eigentlich kannst du ja nur unter der Erde leben und da haben sich so viele Dinge hin zurückgezogen, dass die Frage ist, ob du da überhaupt, ja genau, ob du da überhaupt leben willst, also das ist dann so ein bisschen, hm. Ja, ich hab, klar, also Mandalore ist kein Höllenplanet, wie sie es da gesagt haben, ich hatte ja in einer der letzten Aufnahmen schon die Theorie geäußert, dass wir eventuell im Laufe der Mandalorian, oder der Mandalorian, immer dieses deutsche Englische, in der Serie von der Mandalorian, der Mythosaurier nochmal eine Rolle spielen wird und ich dann die Theorie geäußert hab, dass wir entweder am Ende der Serie, vielleicht auch sogar schon am Ende der Folge, Ende der Staffel meine ich, angedeutet kriegen, dass irgendjemand diesen Mythosaurier nochmal reiten wird, weil wir sehen auch in der Book of Boba Fett, wie Boba Fett einen Rancor reitet und es wird gesagt von Quill, ihr habt die großen Mythosaurier geritten und ich könnte mir vorstellen, dass jemand nochmal auf eine Mythosaurier reiten wird innerhalb dieser Serie, vielleicht nicht mehr diese Staffel, aber die Zeichen deuten darauf hin, wenn sie jetzt vielleicht nochmal Mandalorian zurückerobern wollen, dass dies geschehen wird. Ich glaube auch, dass der Mythosaurier auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Die Frage ist halt, wie gesagt, welche und auch natürlich, ob es noch in dieser Staffel noch so sein wird, denn wir haben ja gehört von Favreau, der hat ja gesagt, eigentlich ist die Geschichte, die er erzählen möchte, jetzt geplant über Staffel 3 und 4. Das heißt, eventuell zieht sich das dann vielleicht doch noch mit in 4 rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt noch, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie jetzt noch echt so übers Knie gebrochen, die Eroberung Mandalors und die Zähmung des Mythosauriers irgendwie aufs Parkett legen. Das wären zwei Riesenthemen, die dann in zwei Folgen abgehabt werden. Das werden sie nicht mehr machen. Sie haben noch zwei Folgen, diese Staffel, das werden sie in Staffel 4 reinpacken. Da bin ich mir sicher dann. Das glaube ich nämlich auch. Es wird vielleicht wieder einen fiesen Cliffhanger geben, aber sonst, ja. Ich möchte noch zwei, drei Dinge nachtragen. Zum einen, ich hätte es am Anfang sagen sollen, ich habe es leider irgendwie vor Begeisterung für die Folge oder nicht Begeisterung vergessen. Und zwar Regie geführt hat in dieser Folge Bryce Dallas Howard, die wir ja kennen und die bisher auch zwei ganz tolle Regiearbeiten innerhalb des Mandalorian-Franchises abgeliefert hat. Nämlich einmal die Episode 4, die Zuflucht. Das war die Folge mit dem Dorf. So ein bisschen angelehnt waren die Sieben Samurai, respektive an die glorreichen Sieben. Aber das ist ja auch nur eine Neuerzählung hier mit Yul Brenner, diese westernisierte Neufassung von der japanischen Die Sieben Samurai-Vorlage. Ja, und dann hat sie auch noch Regie geführt in Kapitel 11, Die Thronerbing, wo wir ja die Einführung von Bo-Katan in der Serie hatten und eben auch von dieser Mandalorian-Schuppe, die jetzt ja hier als Söldner arbeitet. Und ich finde ganz schön, dass sie auch jetzt wieder geholt wurde für die Folge, wo sie wir eben zurückgehen zu dieser alten Truppe. Das heißt, die Figuren, die sie einmal schon ins Franchise geholt hat mit ihrer Regie, die darf sie jetzt weiter begleiten in dieser Folge. Und ich finde auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass sie immer ein ganz gutes Händchen hat. Also sie ist ja auch viel gelobt im Fandom. Ich finde, sie hat ein ganz gutes Händchen, was so Regie, Kameraeinstellung, aber auch so diese ganze CGI-Technik und so weiter angeht. Denn ich fand ja zum Beispiel, dass diesmal tatsächlich alles sehr großräumig und hell und irgendwie, ja, sehr, also sehr so wirkte, wie es sollte. Man hat also der Folge den Pleasure-Planeten und auch diese Straßen und die beleuchteten Schilder im Hintergrund. Man hat dem Ganzen das abgenommen. Ja, hat man. Da hat man sich schön Mühe gegeben bei dem Design von dem Ganzen auf jeden Fall. Das Zweite, was ich doch erwähnen wollte, ist sprechende Namen. Wir hatten hier so einige sprechende Namen und da muss ich auch ein bisschen lachen beziehungsweise schmunzeln. Also wir sind ja die ganze Folge durch mit verschiedenen Dingen getrollt worden, ob es der große Rotknopf war oder oder hier die Obduktion am Androiden oder aber auch die Namen. Also wir haben Plasee 15 also Plaisir Französisch oder Pleasure. Wir hatten Dr. Hellgate, der geschrieben wird H-E-L-G-A-I-T aber natürlich Hellgate ausgesprochen wie eben das Tor zur Hölle. Ja, wir haben Captain Bombardier also von von Bomben also jemand, der andere bebombt oder eben ja bombardiert er schießt, richtig. Also vielleicht auch eine Anspielung auf seinen Hintergrund und lauter solche Dinge. Also wir hatten ganz ganz viele so sprechende Namen hier drin, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe und dachte ah okay. Ja. Was sagst du denn jetzt zu der Folge an sich und den ganzen Cameos, wie wir sie hier bekommen haben? Bei den Cameos muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Da hat die Serie, da hat diese Folge sich nicht lumpen lassen mal wieder. Fand ich super. Ich weiß nach wie vor nicht so recht, was eben der Folge an sich anfangen soll. Sie ist nicht schlecht, aber diese diese Crime-Noir-Schnitzeljagd in einer Sci-Fi-Fantasy-Welt so ein bisschen an Blade Runner, das ich wusste nicht so recht, woher ich damit sollte. Ich finde es in Ordnung, aber jetzt auch nicht so schlecht. Ich kann mir weiß jetzt nicht, wie das große Echo jetzt so sein wird. Ja, kann man mit leben. Man muss sich darauf einlassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute das eben nicht mögen, dieses Setting. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich von der Folge halten soll. Auf der einen Seite, ja, ich bin natürlich amüsiert auch von diesen Cameos und das Ganze hatte natürlich so ein bisschen Slapstick-Humor drin und war auch satirisch angelegt, also hier und da wirklich überzogen, auch mit diesen ganzen Tropes und so weiter und teilweise ist es gelungen, teilweise ist es nicht so gelungen, aber grundsätzlich war es okay, aber es war natürlich echt so eine klassische Bottle-Episode, diese ganze Story um eben Plaisir 15, die hätte man sich auch sparen können. Jemand, der sich die Season anschaut und der diese Folge eben nicht sieht, könnte meines Erachtens nach problemlos trotzdem weiterhin der Story folgen. Da würde halt nur der kleine Teil über die Mandalorianer- Söldner-Truppe fehlen und das ist der eigentliche Teil, der uns ja wichtig war. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so ein bisschen, hier waren wieder zwei Stories oder vielleicht sogar ursprünglich mal zwei einzelne Folgen und die dann irgendwie zusammengeschmissen wurden. Entweder, Leute, macht ihr eine völlige Bottle-Episode, so eine Nonsens-Episode wie eben, nur mit der Story über die Androiden oder aber ihr macht nur eine Episode über die Söldner-Truppe, wobei wir da ja noch ein bisschen mehr Story dann brauchen, weil das bisschen, was wir hier hatten, ja nicht für eine ganze Folge reicht. Aber so dieses zusammengemischte wieder, nicht Fisch, nicht Fleisch, ich weiß nicht. Ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit das Gefühl, diese Cameos waren witzig, aber haben mich auch tatsächlich rausgerissen aus der Story und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, Favor braucht eine Folge, wo er alle seine Freunde unterbringen kann und die ihn angehauen haben nach dem Motto, du, ich wollte immer schon mal in Star Wars mitspielen, hast du nicht eine kleine Rolle für mich? Vielleicht lag es daran, weil es ist wirklich so ein kleiner Spiegel von vor zwei Folgen, wo wir am Anfang Mando und Co. haben und am Ende Mando und Co. und dazwischen halt einen ziemlich großen Filler, genauso wie mit Elijah Kane und Dr. Pershing vor zwei Folgen. Dass das eher sich so wie eine Endor-Folge angefühlt hatte, das war zwar ein spannender Arg, weil gerade Klontechnologie würde noch eine Rolle spielen, das wissen wir und deswegen die beiden ja auf der Jagd da waren beziehungsweise Kane wollte sie haben und sie hat Pershing dazu benutzt, aber nichtsdestotrotz fühlt es sich hier ähnlich an, dass du halt so viel Mittelteil hast, der jetzt nicht wirklich zur Grundstory von dem Mandalorian beiträgt. Die Story um Pershing finde ich, ja, die war natürlich auch eine Story, eine Nebenstory, die erzählt wird, aber die ergibt noch im Mandalorian-Universum irgendwie Sinn, weil sie auch Anknüpfung hat an die Entwicklung für die Gesamtstory in der Handlung. Davon gehe ich, ich gehe zumindest davon aus, dass Moff Gideon und diese ganzen Geschichte noch eine Rolle spielen wird, aber Pläser 15 ist ja wirklich eine Story, die glaube ich auch nie mehr aufgenommen wird. Warum auch? Also die, das ist so, ja, also wie gesagt, für mich ist das die, ich wollte alle meine Freunde in Star Wars unterbringen Folge und das ist okay, ich war gut unterhalten, grundsätzlich, es war keine schlechte Folge, es war jetzt auch keine super duper tolle Folge, aber es war eine Folge, von der ich insgesamt unterhalten war und ganz ehrlich, wenn wir es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner unterbrechen, mehr möchte ich dann von Mandalorian auch nicht, eine gute Unterhaltung und das war okay, aber brauche ich die Episode nochmal? Nein. Ja, lass ich so stehen, gehe ich absolut mit dir, gehe ich absolut mit dir. Dann war das unser Recap zu Folge 22, wir sind gespannt, was ihr davon haltet, lasst es uns doch einfach wissen, vielleicht seid ihr da ja milder gestimmt als wir oder vielleicht sogar harscher, wer weiß es und ja, ihr hört uns dann wieder beziehungsweise die Kollegen für die nächste Episode. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.